Herzlich Willkommen zum Newsletter in Untergrumbach neben Hersburg im Nürnberger Land, in der Mitte von Franken und nördlich von Bayern. Nach dem gemeinsamen Entwerfen ihres Jugendzimmers demonstriert die 10-jährige Julia die Vorteile unserer höhenverstellbaren Küche und sie ist auch im Jahrbuch im Schlafzimmer ihrer Eltern zu sehen, das jetzt hoffentlich bei ihnen angekommen ist. Unser Kunde aus Portugal hat neue Fotos geschickt, wo unsere Kirschbaumküche vom Kollegen Florian nach unserer liebevollen Vorbereitung mit Fotos, Tabellen und beschrifteten Verpackungen perfekt aufgebaut wurde. Möbel unserer Untergrumbacher Dorfschreinerei stehen in Miami, Portugal, Österreich, den Niederlanden, Schleswig-Holstein, Bielefeld, ja das gibt's wirklich und die standen einst auch in Abu Dhabi und Syrien. Aber natürlich ist uns je näher, desto lieber. Iris Leder hat über unsere Arbeit einen sehr informativen Artikel geschrieben, der im Newsletter, aber auch im Jahrbuch verlinkt ist. Testen Sie unbedingt auch unsere interaktive PDF-Datei, in der Sie zu jedem Artikel auch die Hintergrundinfos anklicken können. Genau ein Jahr nach dem Tod unseres Freundes Michael haben wir Sarg und Urne auch auf unserer Homepage veröffentlicht, denn als Arzt wollte Michael das Thema Tod ganz bewusst enttabuisieren. Dazu hat er seinen Sarg auch als Bank und Barschrank geplant, leider konnte er diese Idee nicht mehr umsetzen. Aber er wollte sie allen Menschen empfehlen. Julia präsentiert auch unseren Plattenspieler von AMG, der Analogmanufaktur Germany und die Boxen nebst Verstärker der Wiener Lautsprechermanufaktur, die wir gemeinsam verwirklicht haben. Unsere Auszubildende Meret hat darüber im Nachhaltigkeitsblog berichtet, weil sie zusammen mit Meisterin Sophia auch die Schablonen für die Boxen gebaut hat. Und das ziemlich spannend fand. Corona hat unsere Koch-Workshops im März 2020 abrupt beendet. Aber wenn Sie noch Interesse haben, könnten wir im nächsten Jahr wieder loslegen. Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail. Das hier ist ein wunderbares Video von Maximilian von Stromberg über unseren Koch-Workshop mit dem Marketing-Club Nürnberg. Durch eine intensive Recherche konnte ich den einzigen Menschen finden, der unsere Panorama-Fotos von Küchen und anderen Räumen nach der Insolvenz von Panono wieder aktivieren konnte. Unter dem Link finden Sie sogar Alben zum Thema Küchen, Schlafzimmer und mehr. Wir möchten Sie noch zum 40-Jahre-Jubiläums-Neujahrskonzert des Collegium Musicum am Samstag und Sonntag, den 14. und 15. Januar einladen. Vielleicht sehen wir uns dort ja. Wir würden uns freuen. Wir wünschen ein glückliches neues Jahr und bis bald! Wir wünschen uns, bis bald!